Hallo, in dem folgenden Video möchte ich euch anhand eines Beispiels zeigen, wie man die Zustandsänderung eines idealen Gases berechnet. Dazu haben wir folgende Aufgabenstellung gegeben. Ein geschlossenes gasvermülltes System, das auf 80 Volumenprozent Stegstoff und 20 Volumenprozent Sauerstoff besteht und sich wie ein ideales Gas verhält, wie in einem Zustand 1 bei 0,834 Bar und 300 Kelvin mit einem Volumen von 72,4 Litern vorliegt, ist durchleucht folgende Prozesse aus dem Zustand 1, Isotherm in den Zustand 2 und dann Isobar in den Zustand 3, anschließend Isokor in den Zustand 4. Tragen Sie die Zustandsänderung in ein PV-Diagramm ein, berechnen Sie die Partialdrücke und die Partialdichtung der Komponenten im Zustand 4 und die reversible Volumenarbeit für den Prozess A. Um diese Aufgaben zu berechnen, habe ich hier eine kleine Auflistung an Formeln, die dazu benötigt werden. Einmal wäre das die allgemeine Zustandsgleichung idealer Gase mit der universellen Gaskonstante R ist gleich 8,314. Dann noch die Formel zur Berechnung der Stoffmenge, eine weitere für den Partialdruck, welcher auch aus der allgemeinen Zustandsgleichung abgeleitet werden kann und eine Formel zur Berechnung des Molenbruchs bzw. des Stoffmengenanteils. Weitere Formeln werden während der Berechnung der einzelnen Prozesse folgen. Dann beginnen wir mal mit Prozess A. Der Prozess A ist ein Isotherma-Prozess. Das bedeutet, dass wir hier die Formel V1 durch V2 ist gleich P2 durch P1 verwenden und hierbei handelt es sich um das Gesetz von Boyle-Mariott. Dieses wird umgestellt zu V1 mal P1 geteilt durch P2 ist gleich V2. Durch das Einsetzen der Zollenwerte 72,4 Liter, Mando 0,8364 Bar geteilt durch 2,44 Bar kommen wir auf ein Volumen von 24,81 Liter am Ende des Prozesses an. In einem PV-Diagramm würde das so aussehen. Wir beginnen hier bei 72,4 Litern, erhöhen den Druck und dadurch wird das Volumen immer kleiner, weswegen wir auf der Hyperbel hier von rechts nach links gehen. Danach beginnt dann auch schon der Prozess B, bei dem es sich um eine isobare Zustandsänderung hält. Hierbei verwenden wir das Gesetz von Gay-Lysack, welches lautet V1 durch V2 ist gleich T1 durch T2. Dieses stellen wir um auf V2 ist gleich V1 mal T1 geteilt durch T2. Durch das Einsetzen der Zollenwerte 24,81 Liter führt das Volumen aus dem Ende des Prozesses an. In 400 mal 430 Kelvin geteilt durch 300 Kelvin kommen wir auf ein Volumen von 35,57 Liter. An einem PV-Diagramm würde das so aussehen, dass wir hier bei 300 Kelvin beginnen, wir erhöhen die Temperatur und dadurch wird auch das Volumen größer bei gleich wärmendem Druck. Danach beginnen wir auch schon mit Prozess 10. Dabei handelt es sich um ein Isokorenprozess. Hier findet das Gesetz von Amotor seine Verwendung durch die Formel P1 durch P2 ist gleich T1 durch T2, welches wir auf P2 ist gleich T2 mal P1 durch T1 umstellen. Durch das Einsetzen der Zollenwerte von 350 Kelvin mal 2,44 Bar geteilt durch 430 Kelvin kommen wir hier auf einen Druck von 1,98 Bar. Das bedeutet, wenn wir die Temperatur verringern, verringert sich auch der Druck. Anhand der vermittelten Werte und den Werten, die wir durch die Aufgabenstellung schon gegeben haben, können wir jetzt andere Größen berechnen. Zum Beispiel hätten wir dann einmal die Anzahl der Mole von Stegstoff und Sauerstoff in diesem Gas gemessen. Dazu verwenden wir die Formel N ist gleich P mal V geteilt durch R mal T. Durch das Einsetzen der Werte kommen wir hier auf eine Gesamtanzahl von 2,42 Mol in 72,4 Litern Gas. Jetzt ist es ja so, wir haben 80 Volumenprozent von Stegstoff und deswegen müssen wir das noch differenzieren. Dann haben wir hier einmal die Stoffmenge für Stegstoff, das ist 2,42 mal 0,8 ist gleich 1,936 Mol. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass die restlichen 20% für den Sauerstoff zur Verfügung stehen, was in diesem Fall 0,48 Mol sind. Dann hätten wir noch einmal die Formel zur Berechnung des Partialdrucks und der Partialdichte von Stegstoff. Zur Berechnung des Partialdrucks von Stegstoff verwenden wir die Formel P ist gleich N mal R mal T geteilt durch V. Durch das Einsetzen der Mole von Stegstoff, die wir hier unten erhalten haben, mit den anderen Werten kommen wir hier auf einen Partialdruck von 1,59 bar. Die Partialdichte von Stegstoff in diesem Gemisch beträgt 1524 kg pro Kubikmeter. Dann noch einmal die Formel zur Berechnung des Partialdrucks und der Partialdichte von Stegstoff. Die Formeln bleiben gleich, aber man erkennt schon, dass die Werte sich unterscheiden, dadurch dass halt 80% Stegstoff vorhanden sind. Und so kommen wir dann auf einen Partialdruck von 0,39 bar für Stegstoff und 431 kg pro Kubikmeter für die Partialdichte von Stegstoff. Danach folgt jetzt noch die Berechnung der reversiblen Volumenarbeit des Prozesses A mit der Formel D reversibel T ist gleich Minus N mal R mal T mal den LN von V2 geteilt durch V1. Durch das Einsetzen der Zahlwerte von Minus 2,42 mol für das gesamte Grasgemisch mal 8,3 N für Joule mol pro Kelvin mal 300 Kelvin mal den LN von 72,4 geteilt durch 24,7 kommen wir hier auf eine Volumenarbeit von Minus 6491 Joule bzw. Minus 6,5 Kilo Joule. Ich möchte mich hierbei allen fürs Zuhören bedanken und noch einen schönen Tag wünschen. Vielen Dank.